Hallo YouTube und herzlich willkommen zum neuen Part von Silence. So, wir sind jetzt Rini unterwegs, denn, ja, denn darum. Jetzt haben wir aber endlich die Möglichkeit, wieder uns die Botschaft nochmal zu gucken. Okay, vielleicht haben wir auch nicht die Möglichkeit. So, dann quatschen wir mal ins Bot. Okay. Der pennt. Geil. Oh, eine königliche Schatzkiste. Und ich bin die Königin. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwas Brauchbares noch drin finden. Das hätte der Andeca-Spielkopf vielleicht auch machen sollen. Hey, die sieht aus wie Sedwigs Mütze. Ich zeig sie Noah, sobald er zurückkommt. Noah ist toll, aber Sedwig ist sogar noch ein kleines bisschen toller. Ja, super. Dann haben wir ja hier die Abstufungen von toll und toller. Dann gehen wir doch mal... Kyra, wo sind die beiden hin? Dann gehen wir doch mal bergauf. Kyra, wo sind die beiden hin? Ja, Kyra ist in Gefahr. Schade, dass hier keine Statue von der Königin steht. Ich würde gerne wissen, wie sie aussieht. Schlaft, meine Untertanen. Schlaft. Wenn ihr aufwacht, gibt's Rühreier mit Speck. Ja, der schnarcht einfach fleißig weiter. So, was haben wir sonst noch? Die Botschaft können wir nicht lesen. Bergauf geht nicht. Kann ich ja bergab. Noah, bist du da? Noah, wo bist du? Hm, er ist nicht da. Keine Sorge, ich passe auf euch beide auf. Kyra? Okay. Wo sind die beiden hin? Mehr geht hier offensichtlich nicht. Geil. Ja, Spot. Pennt noch. Sch, kleiner Spotty. Ich passe auf dich auf. Na, schau mal noch mal die Kiste. Vielleicht ist noch was drin. Eine Spieluhr. Wie schön. Wow. War das nicht eine Bombe? Oh, oh. Das war doch eine Bombe, oder? Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss regieren. Ich glaube, das war eine Bombe. Aha. Ganz unten haben sie die Pistole versteckt. Die sieht gar nicht aus wie eine echte. Ob die überhaupt schießen kann? Ja, das hätte sie lieber nicht machen sollen. Gut, so kam das Leuchtsignal zustande. Weil die Kleine ist halt nur ein Kind. Aber ich... Was ist passiert? Gar nichts. Fehlalarm. Sie ging ganz von selber los. Oh, Rini, ich habe so einen Schreck gekriegt. Das wollte ich nicht. Hast du Janus gefunden? Nein, aber den Krater, den er erwähnt hat. Seine Pfeife und sein Vogelsymbol auf einer Tür. Dann warst du auf dem richtigen Weg. Los, wir brechen sofort auf. Aber da war ein Sucher. Den müssen wir aus dem Weg räumen. Ich weiß wie. Wir könnten eine Falle bauen. Ich habe eine bessere Idee. Wieso nicht? Das ließe sich bewerkstelligen. Hallo? Hört ihr mich gar nicht? Okay. Ah, bla 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 bla. Sei doch still. Du lockst sonst die Sucher an. Aber sie können mich gar nicht hören und sehen. Die Sucher sind blind. Sie können gar nichts sehen. Ich meine doch, er nimmt mich nicht wahr. Weißt du nicht mehr, Sam? Natürlich nicht. Du bist ein kleines Mädchen. Genau. Und wir beschützen dich. Oh man. Ihr seid doch echt Holzköpfe. Ihr seid doch echt Idioten. Ach ja. Ah, bla 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 bla. Ich habe keine Zeit zum Spielen. Ich muss regieren. Ja. Die Spiello kann ich nicht nehmen. Ach, das lasse ich besser. Ah, bla 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 bla. Okay, die wollen nicht mit mir reden. Ein Loch ist sicherer. Kann ich einfach gehen. Ich bin sicher, die Sucher bemerken mich gar nicht. Genauso wenig wie ihr beiden. Komm Spot, wir befreien Janus. Oh, oh. Also was passiert halt, wenn man Kinder einfach ignoriert. Dann bei uns die Scheiße. Und jetzt ist die Kleine auf Droge. Wie geil. Wie geil. Das liegt wohl in der Familie. Gut. Hey Pilz, warum wächst du ausgerechnet da? Ich sag's dir ungern, aber du störst. Meinst du, der könnte dir schmecken? Na klar schmeckt der. Lecker Pilz. Nom 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 nom. Der ist so geil. Der Spot ist richtig, richtig awesome. Manchmal ist es gut, klein zu sein. Und die Schlangen tanzen. Oh Spot, du bist armes Ding. Schnell an die Luft mit dir. Okay. Dann müssen wir hier irgendwie hochkommen, oder? Oh, da ist nichts drin. Ja, am liebsten würde ich ja die scheiß Pflanzen kaputt machen. Wie klemm ich dir das Wasser ab? Weil die, die stört halt ungeheuerlich. Herrje, die wächst ja aus einem Kronleuchter. Okay, der muss sich irgendwie das Wasser abflimmen. Aber wie? Schau mal nochmal raus. Ich meine, das Wasser kriegt sie von oben. Das ist, äh, von draußen. Das ist schon klar. Wenn halt nicht jedes Mal dieser beschissene Load Screen da wäre. Dann würde es auch viel mehr Spaß machen, mal von links nach rechts, von rechts nach links. Aber so jedes Mal warten. Okay, wie klemmen wir dem jetzt das Wasser ab? Und jetzt müssen wir nur noch das hier wegmachen. So, das war's mit dem Wasser. 1, 3, 7, 7 Kilometer tief. Brutal. Ganze 7 Kilometer. Ich hoffe, der Spot kann jetzt mitkommen. Weil den werden wir da drin auf jeden Fall brauchen. Aber die erste Pflanze ist auf jeden Fall beseitigt. Hoffe ich. Spot, du kannst kommen. Die Blumen am Eingang ist schon mal zu. Oh, der arme Kleine. Oh, der Kleine. Das ist die Frage. Der kann die nicht fressen, oder? Gut, der kann die nicht fressen. Wie kriege ich die... Wie kriege ich die jetzt weg? Und die da hinten ist auch noch da. So, wie kriegen wir die weg? Machen wir mal, die Kette ist ja... Mit der Kette könnte ich vielleicht die Lampe raufziehen. Und die Blume wäre aus dem Weg. Ja, das ist mir schon klar. Aber wie komme ich da hoch? Aber ich meine... Ah, vielleicht kann mir Spot hier dann helfen. Das kann die doch niemals hochheben. Das schaffen nur starke Ritter. Und Spot. So, schauen wir mal, ob wir Spot kleiner kriegen. Also, sie ist auf Spot auf jeden Fall angewiesener als... Das kriegst du bestimmt auf, wetten? Ja, das ist auf jeden Fall offen. Aber nicht als Kugel, mein Freund. So, jetzt ist die Frage, wie komme ich jetzt an diese Kette dran? Kann ich da einfach dran springen? Schau mal, Spot, ich kann fliegen. Hoi! Und? So geht's. Hurra! Okay, jetzt haben wir... Okay, jetzt haben wir... Die meisten sind jetzt schon mal weg. Jetzt muss ich nur noch die hier wegkriegen. Und die... Gott, hält die Luft an, okay? Die hat auf jeden Fall Licht bekommen. Blumen brauchen Sonne. Eine Gardine muss hier. Und was benutzen wir als Gardine? Das ist jetzt die Frage, weil... Die Jalousie ist weg. Was haben wir hier? Ja, das kennen wir schon. Aber was könnten wir als Gardine hier nehmen? Da ist ein Ameisenbär drauf gemalt. Oder ein Grashöpfer. Das war bestimmt Noah. Das ist unser Weg. Ja, definitiv. Ui, davon hat Noah gar nichts erzählt. Die Arme schlagen. Wir helfen euch, sobald alle Blumen zu sind. Dann muss Gott nämlich nicht mehr niesen. Aber was könnten wir als Jalousie hier nehmen? Schauen wir mal hoch. Weil ich sehe gerade nichts, was irgendwie Jalousie-mäßig aussehen würde. So, jetzt sind wir oben. Blumen brauchen Sonne. Eine Gardine muss hier. Ja, das haben wir schon geklärt. Aber wir wissen nicht, was wir als Gardine verwenden können. Ernsthaft? Tut mir leid, Spotty. Wird nicht lang dauern. Okay, vielleicht kann ich sie dann weg, weghauen. So, jetzt gehen wir noch mal kurz runter. Spotty, bleib schön da. Ich hau nur schnell die Kackpflanze da unten weg. Der Pollenladen ist geschlossen. So. Und wie mache ich die jetzt weg? Weil sobald ich da hochgehe... Wo sind denn die Schlangen hin? Komisch. Jetzt sind das Sprossen, die direkt zur Tür aufhören. Danke, liebe Schlangen. Und wenn ich jetzt da hochgehe, dann muss ja Spot quasi da bleiben. Spotty muss auf jeden Fall mit. Ja, das sehe ich auch so. Wow, das zieht aber. Ja, ich würde gerne die Jalousie abbauen. Aber sobald er kommt... Ah, okay, okay, okay. Cool. Das ist ja cool. Das ging... Also das letzte war jetzt easy. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. ihn einfach holen und er kommt als Flummi rüber. Finde ich cool. Versteck dich, Spotty. Mal sehen, ob er mich wirklich nicht bemerkt. Das geht doch in die Hose, oder? Okay. Okay, Spotty nimmt er tatsächlich wahr. Versteck dich weiter hinten. Aber wie kriege ich das Drecksweg jetzt platt? Wow, das ist ja eine tolle Tonfene. Wie kriege ich den Sack jetzt platt? Sprechen brauche ich mit ihm nicht, weil... Du sollst dich verziehen, du alte Schleimgranate. Ich würde ihn gern schubsen. Keiner will dich hier. Zieh Leine. Aber ich glaube, das geht nicht. Und da kommt leider... Ui, ganz schön heiß. Leid... Hey. Jetzt geht's. In die Lava mit dir. Er benimmt sich genauso wie alle Erwachsenen, wenn sie beschäftigt sind. Er tut so, als wäre ich nicht da. Wo ist der Splitter? Okay, wo ist der Splitter? Was für ein Splitter? Was ist das bloß für ein Splitter? Wo ist der Splitter? Okay, das hätten wir schon mal geklärt. Aber ich kriege den Sack nicht weg. Ich lasse es nach ihm, Spucke. So, jetzt könnte ich zu den Ruinen. Und sonst kann ich nichts machen. Kann ich dich kleiner machen? Nein, kann ich nicht. Weil das Board bräuchten wir jetzt tatsächlich. Aber ich glaube... Da geht grad nichts. Okay, schauen wir mal weiter. Ob da auch noch ein Sucher ist. Oder ob das der Sucher ist, der vorher dort war. Und wo ist unser Speer? Unser Speer wäre super. Ralf, da kommt ein kleines Beinwesen. Sieht eigentlich ganz nett aus. Ralf, nun rede doch endlich wieder mit mir. Hallo. Sag bloß, du bist einer von den beiden Steinbrüdern. Ich hab schon viel von euch gehört. Wirklich? Also, ich bin Ingo und hinter mir ist Ralf. Aber hinter dir ist gar keiner. Was? Das kann nicht sein. Schau doch selbst. Hä? Ja, wirklich? Wo ist der hin? Ich weiß nicht, aber ich kann dir suchen helfen. Aber zuerst muss ich den alten Janus finden. Du hast ihn nicht zufällig gesehen? Meinst du, dass weißhaarige Beinwesen das Kopf über am Geflügelten hing? Das wurde hinauf auf den Gipfel verschleppt. Oh. Wie komm ich denn auf den Gipfel rauf? Durch das Steintor. Ralf wüsste, wie es aufgeht. Er hat jahrhundertelang in die Richtung geschaut. Wann hast du Ralf denn das letzte Mal gesehen? Gesehen? Direkt noch nie. Er war ja immer hinter mir. Aber gehört hab ich ihn das letzte Mal vor ein paar Tagen, als etwas vom Himmel fiel und die Erde gewackelt hat. Und was hat er da gesagt? Dann ist er da bestimmt hinuntergestürzt. Oh je. Und ich dachte, er wäre sauer auf mich. Ich finde Ralf. Na gut, wo Ralf ist, das wissen wir. Die Frage ist nur... Schauen wir mal. Geh mal kurz zum Krater. Schauen wir mal, ob Ralf dort ist. Okay, doch, okay. Weil da war auf jeden Fall ein sprechender Stein. Also, ein Stein mit Mund. Ob das Ralf ist, bin ich mir nicht sicher. Aber werden wir gleich herausfinden. Hallo, Ralf? Halte durch. Ich hol dich bald da raus. Ich brauch keine Hilfe. Ich helfe dir aber trotzdem. Okay. Da ist er. Aber irgendwie müssen wir... ...über die Lava... ...Fontäne drüber. Und diese beschissene Suche ist noch da. Yay! Und Load Screen. Also, das macht einem echt das Spielerlebnis kaputt. Ich kann da nichts anderes dazu sagen. Das reißt dann jedes Mal raus. So, meine Freunde. Es spielt aber keine Rolle. Denn wir machen jetzt an der Stelle... ...en kurzen Cut. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß. Bewertet das Video. Schreibt fleißig Kommentare. Und wie immer, abonniert meinen Kanal. Würde mich megamäßig freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao! Bis dahin.